einen wunderschönen montagmittag wünsche ich euch ihr lieben hier ist eine neue folge ls22 auf der rehbach im rp projekt zusammen mit meiner wenigkeit dem andreas gruber einen wunderschönen guten tag ihr lieben so ihr lieben an dieser stelle schöne grüße aus dem urlaub ja ich bin die woche bin ich im urlaub unterwegs oder bin ich ja schon im urlaub das hat jetzt nur bei der aufnahme session die wir immer freitags haben hat es noch gepasst mit der rehbach aufnahme heute mittag bei der also 14 uhr fichtal kommt diese woche nächste woche nicht nächste woche kommt dann auch die rehbach nicht und darauf die woche auch nicht also sprich jetzt zwei wochen keine rehbach und drei wochen dafür keine fichtal genau deswegen stehen sie jetzt alle hier vor mir und ja erstmal noch vielen lieben dank für die ganze daumen nach oben für die ganzen abos und follower und hab das nicht gesehen deswegen vielen vielen lieben dank das heißt gehen wir mal in den channel und gucken was sie wollen man guten tag guten tag ja liegt zu füßen da lieg mir zu füßen ich bin dein gott genau no way na jungs alles gut wochenende gelungen gekriegt so muss das sein hier sag mal ich ist irgendwie wurde es ja in vergessenheit geraten am freitag was ist denn eigentlich hier mit mit grillfest sollte das nicht am freitag stattfinden ja würde ich sagen wenn alle dann soweit durch sind die woche dass man das denn halt auf ende der woche jetzt verschieben wer sollst du da noch mal eventuell noch mal eine e-mail schreiben an alle hier wäre das letzte woche war es ja dann doch alles irgendwie stressig dann noch mit dem abschleppen und mit ja richtig genau jeder war noch auf dem zugange deswegen müssen müssen wir mal schauen du gleich frage wenn du sowieso da bist ja was denn los was ist mit gerätschaften kann ich dir ehrlich noch nicht sagen weil ich bin ja noch hier gewesen also ich weiß nicht was sich in der zwischenzeit getan hat ich weiß dass ich einen anruf auf hinterkaife gekriegt habe da hat sich irgendein komischer komischer typ gemeldet keine ahnung mit dem konnte ich nichts anfangen aber der hat dabei beim landmaschinenhändler gearbeitet ich weiß nicht wer das ist keine ahnung kann die auf jeden fall nicht um der sagte dass eine lieferung auf dem weg ist ich denke mal eure lieferung mit sicherheit hast du den am wochenende den keller gesperrt bei dir wenn er das ganze wochenende hier war also was hier passiert ist ich glaubt ja die kühle grobe ausgaben ja habe ich eigenhändig mehr hier mit viel mühe und nur mit dem mann der ja hier kommen wir die stinken hier ich halte sie und so eine nase hier riechen wir trinken tun sie aber die schmielen fehlen vom ja 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 komm hör auf junge mit mühe und nur hier habe ich das loch gebuddelt hier habt ihr jetzt einen riesen tank hier drunter und lassen wahrscheinlich ne ich habe noch selber mit eingepackt hör mal was stimmt mit dir hast du die gülle reingepackt damit die hände stinken das hast du ja leise darf doch keiner wissen ach so gut ja wie gesagt müssen wir mal gucken in mir kommt es ja einer von euch mit oder ich rufe euch an wenn ich unten bin ja ich müsste ja eh noch den dings holen beziehungsweise den den fan vom tieflader runterziehen noch ach ja richtig da war ja auch noch was das kaputte ding die kaputten dinge ja würde ich den lkw dann gleich noch abholen halt dann wieder ja ja ich kann hier auch mitnehmen wenn du willst ja natürlich ich habe ja auch mal schaden wie zau ich bestimmt nicht ich heiße ja nicht meyer ne ich kann es dir nicht sagen müssen wir gucken wie gesagt muss ich gucken wie da ist es kam einiges an heute was genau dabei ist weiß ich nicht keine ahnung muss das dann komme ich nämlich auch mit einer ich gehe dann mal kurz mit hoch wenn er da ist bevor das schorsch wieder auf den sitz popst er wieder für sich aktiviert ne kommt dann fahren wir fahren wir kurz mit dem auto hoch dann kannst du mit dem auto wieder runterfahren weil ich muss ja dann wahrscheinlich jeden lkw und noch ging ja den traktor runterfahren ach so ja das ist doof zu dritt passen wir da nicht rein ja aber ich kann ja einer kann bei mir mit genau gibt es auch im beifahrsitz nämlich nur dann richtig ihr ob das geht dann musste karl jetzt halt hinterher gehen noch wir fahren mit einem auto ich wollte schon mal ein stehre bulldog fahre gut doch vorhin schon mal gesagt auto ist was anderes das ist feinstes material aus stuttgart also das bild war nicht jemand sehr date im moment sorry an die leute die das jetzt vertragen anschauen anschauen aber meinst du dich schnell kärzengraben anschauen schauen wir da nicht siehst du das hatten dann im sympathisch vorgutschen die schaut unter der nase aus jungen 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 war los das auto ist mir unheimlich ja ich glaube auch also beim besten willen das geht so nicht lenken lenken warum mensch tust du so als wenn der melker wir sitzen dort ist ich würde meiner frau ja auch ein fänden aussteller oder keine ahnung ein valtra oder unimog aber das mag die halt nicht der tempomat steht auf minus 24 das ist die notbremsfunktion wahrscheinlich der spurhalteassistent den hasse ich an meinem auto was dann nicht mit dem stil den idee mir dahinten dran gepackt habt der kann weg der wird getauscht wenn quasi die andere bestellung wo da auch so noch aufgegeben wurde dann musst du mal die papiere mir geben hier mache ich liegt wie alles in dem schrank hier drin ja ja wie immer alles im schrank ist immer gut der wird um kann ich mir hier kurz irgendeinen träger nehmen zum den fendt unterziehen jaja kannst ruhig machen stehen ja genau rum ja dann würde ich kurz den schon dir nehmen wenn der hier schlüssel steckt so ich hab schon gesehen kevin sein traktor ist gekommen mal gucken mal gucken ob man sich drüben auf dem hof getan hat eventuell der wind ist aber heute auch echt heftig ey oh ja oh hier drüben auf dem hof steht auch ganz viel rum das könnte euer zeug sein das sieht doch gut aus den spiegel lasse ich mal hier hä jetzt jetzt die aktion muss man mit anschauen ich muss da noch was gucken lauf die mühle noch welche am front laden naja axbruch hat er ja achso er laufen tut er ja ich hab ihn drauf gefahren ja aber ich wird das stimmt aber ich hab du stück den runde rolle lasse kannst du noch ich hab auch ähm die sämaschine organisiert ähm die er haben wollte hier wegen wegen Pastinaten und so'n scheiß weißt du ja ja wir sind so der Bürgermeister der Penner der Penner er hat land er war wir ordel das WORKER NET Müsst ihr hier noch was umschreiben Andi? Guck mal ob du die Tasch die Kuh findest. Ne, in dem Fendt. Andi? Ja. Müsst du da noch was umschreiben? Ne, ich glaub das ist alles schon umgeschrieben. Gut, alles klar. Dann sag ich immer Ciao. Jo, bis später. Cheppe, ich nehm den Striegel gleich mit runter. Ja, mach das. Warum macht der das nicht? Dieses Gerät kann in diesem Suchstand nicht angehandelt werden. Ja, da muss man doch vorsichtig vielleicht mit Werkstatt rollen. Ach, das ist so ein Dreck ist das. Oh. Guck jetzt. Verliert er auch noch. Verliert er auch noch. Ja, dann schauen wir doch mal wenn die nicht passt. Da steht. Jo, die Sämaschine ist da. Kann halt bloß nicht alle gelinken, weil da ja die Dings gebrochen ist. Ja, ja. Pflege Schlepper ist da. Probieren wir, dass du den da irgendwie hinfahren kannst. Das ist so ein bisschen. Richtig, was los hier wieder, ey. Wahnsinn. Hast du die Papiere schon vor den Träger? Äh, ich glaube ja. Boah. Boah. Boah, das knarrt bis hier vorne hin, ey. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der Scheißgrad jetzt nicht voll wegknickt. Ich glaube, das Getriebe hat auch irgendeinen Schuss, weil irgendwie... ganz komisch. Der will gar nicht mehr richtig rückwärts. Oh man, ey, wie kann man... Ohne Witz, ey, ich... Ah, siehste, ich wollte noch ein Fahrrad bestellt haben. Passt doch so? Ja, das passt so, lass ruhig. Ja, lass ruhig stehen, pin scheiß. Oh man, oh man, oh man, ey, ey, ey. Ich hab die Gabel noch weg, dass da keiner reinrennt. Ja, gut. Sicher, sicher. Ja, um den Müll kümmere ich mich dann. Äh, jo, jetzt müssen wir mal schauen. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Ja, die Sähmaschine drüber. Ja, drüben steht eine Sähmaschine. Genau. Achso, genau, die Sähmaschine nimmst du jetzt mit. Ein Anhänger steht drüben auch noch, aber den könnte ich euch hochfahren, das wär kein Problem. Ja. Äh, ne, ich kann doch mit irgendeinem andern... Dann nimm ich halt den... Na gut, du musst den Ecker... Ja, aber ich hab ja nen leerer Anhänger. Achso, wenn du beides raufkriegst... Ich fahr doch jetzt nicht leer zurück. Wenn du beides raufkriegst... Genau. Guuuut. So sieht's aus. Sehr schön. Die Serie ist voll aus rot, das sieht schon echt schick aus. So, wenn du die Sähmaschine anhebst, ne, kannst du besser fahren. Mein Herzblatt. Äh, 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 äh. Okay, er macht Männchen. Sehr schön. Wenn ich die Dampfreise anhebe, dann fährt er gar nicht mehr. Äh, super. Dann schmeißt das doch auf die Dings und nehm die Avatar mit. Wie ist das auf sich? Hahaha. Das mache ich ja grad. Geil. Hi, ihr Lieben. Mit diesem wunderbaren Bild, äh, würde ich einfach mal sagen, ich moderiere mal von Jürgen mit ab. Äh, äh, verabschieden wir uns, äh, von der Montagswahl. Äh, das sieht geil aus. Für die lieben Dinge, falls Zuschauer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, tschüss und bye-bye. Bye-bye. Tschüssi. Hahaha.